Hey Leute, heute werden wir leider keine Runde spielen, hab momentan nicht ganz so viel Zeit, aber wir machen ein paar Lootboxen auf, weil die normalen haben wir sechs Stück momentan und ja, werden wir erst ab dem 23. August oder beziehungsweise 24. August erst wieder normale kriegen, solange will ich die nicht liegen lassen. Achso, legendäres Gold. Hatte mich schon gefreut. Ja, deswegen machen wir die jetzt einfach schon auf, die Sommerlootboxen auch und ja, dann habt ihr zumindest ein bisschen was zu gucken und vielleicht kriegen wir ja noch was besseres als ja nur legendäres Gold. Genau, und in den nächsten Tagen werde ich wieder mehr Zeit haben, deswegen werde ich dann wieder ganz normal Spiele aufnehmen und auch wenn möglich wieder verstärkt Ranglisten spiele. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich Rang 60 erreichen möchte. Und das werde ich dann versuchen halt auch ein bisschen öfter wieder aufzunehmen. Jetzt haben wir hier noch mehr Gold im Spruch für McCree. Den finde ich gut, den rüsten wir aus. Und ich mache jetzt alle 11 auf. Das soll der Geiz. Ich bin ja jetzt über Level 100, da kriege ich ja jetzt schnell wieder Level, deswegen die nächsten 10 Boxen habe ich denke ich mal schnell zusammen. Ich drehe voll auf! Perfekte Harmonie. Okay, von Tracer ein Spielereignen und ein Spray von Bastion. Was haben wir noch? Ja, noch ein Spruch, zwei. Okay. Okay, der Spruch von Reinhardt ging länger, dann hören wir uns das nochmal an. War das schon alles? Da guckst du was? Dann mir nicht auf der Geist! Okay. Nenn Sie zwei davon und schauen Sie morgen früh vorbei. Okay, das haben wir ja gerade schon. Und das ist nochmal von Sol oder was? Ah, okay, haben wir auch schon. Liga-Pose von Mai. Knient. Reaper. Spray. Und nochmal zweimal Gold. Warum haben wir nicht alles schon? Oh, was ist das? Ach, von Rautog das Schweinchen. Dann sind ja da ein Spray noch. Lucio-Spray und das haben wir auch schon. Gut, jetzt geht es mit den Sommerlootboxen weiter. Fünf Stück. Holz- und Steinwestchen. Sehr schön. Ohne Fleiß kein Preis. Das stimmt. Warum haben wir die seltenen Sachen schon? Oh, Sieger-Pose für Reaper mit Medaille. Vorsicht, hörst du uns! Und Sieger-Pose für Tracer. Nehmen wir auch. Oh, Legendary. Ah, okay. Der blaue. Wir haben ja momentan den anderen. Der ist aber auch ganz schick. So, ja. Nein. Wollen wir noch mehr spielen. Und von Junkrat und Spray. Das nehme ich. Ich mag das. Den kleinen Roboter von May. Spray für Sorgia und auch mehr Geld. Ach, wir haben schon wieder über 1000. Da könnten wir uns ja schon wieder was kaufen. Oh. Irgendein Roboter von Tracer. Den rüste ich aus. Ein Frosch von Lucials Spielereigen. Jeder stirbt irgendwann. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist gut, Tracer. Ja, dann war es das mit den Boxen. Ich gucke mal, was wir mit den Credits anfangen. Und ja, es gibt da ja noch ein paar Sachen, die man sich kaufen könnte. Gucke ich die Tage mal. Und das mache ich dann vielleicht auch noch und hänge ich dann vielleicht ein Video an, was ich mir dann kaufe. Mal schauen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt keine Runde gespielt haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis die Tage zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.